Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Und also muss ich die Settings hier umstellen So Sind wir auch schon Und ich hab wirklich ein bisschen geholt Ich glaub das reicht Na da geht zurück Okay Hab ich mal kurz mal gesehen Mäht dann nur so aus Wie im Eis Okay Lange aber ohne Frostmorker Aber immerhin schon mit Den schönen DeathFryer Schuhen Das ist auch die Sache Das ist angenehmer Wenn wir da ranke an einem Block hat Das wird unnötig eigentlich Und hier geschafft Nice So Die nächste Folge im neuen Let's Play Konzept Meines Verteidigung ist ein neuer Part Ich hab ja gedacht Ich hab ja festgelegt Dass es jeden Donnerstag jetzt in Folge kommt Definitiv Und dass wir trotzdem beibehalten werden Ähm Auch wenn es jetzt alles in der Tage kommt Also wenn das der Fall ist Alle zwei Wochen Wenn es Montag Mittwoch, Freitag und Sonntag kommt Dann wird es trotzdem Sonntag kommen Äh Donnerstag kommen Also gibt es dann in dieser Woche dann Mittwoch, Donnerstag und Freitag so eine Folge Also dann Mittwoch Äh Montag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonntag Und dann Andere Woche In anderen alle zwei Wochen dann Kommt es dann äh Dienstag Donnerstag sowieso und ein Samstag so eine Tür Wollte ich noch mal gesagt haben Und dann ist Folge 178 schon Ich weiß noch mal den Wizard töten Vielleicht macht er ihn irgendwie zwischendurch Wenn ich am Städtebauern bin Ein bisschen Abwechslung zu haben Ich glaub ich mach den Äh Ich glaub ich mach den Wizard Das ist doch nicht Folge 200 Äh nicht das wir dann schon zwei Box jetzt in 15 Folgen oder so killen Sondern deswegen wir bei 250 oder so haben oder Folge 300 ne So das ist besser So ich tue das mal alles um 52 um Das reicht nicht Oh scheiße Ach ja Das ist was jetzt etwas Witzig wäre Weil ich hier aus Aussehebe ich jetzt ja Kommt alles in der Öl her Bis die Ecke da Ah für den heute demnitiv nicht reichen Das ist bedauerlich Dann müssen wir vielleicht tatsächlich Mal lose Tut mir leid So Was machen wir eigentlich die Treppen eigentlich Gleich Fichte Oder Eichenholz Ich glaub Eichenholz Und die Deck auch noch als Eichenholz Ich will vielleicht auch noch mal so eine Kompi reinhauen Hier so Damit aber so noch mal mit Dinge zu bauen mit Eichenholz Ich denke das ist auch ganz cool Guck mal was reicht ja niemals hier Mit dem Holz Das ist ja schon Ich glaub wenn ich hier rät 13 Fuß Holz glaubt aber Aber Kann ich eigentlich das auch nicht sagen Nein Jetzt muss ich nochmal los Mein Mund juckt Wenn ich jetzt kratze dann Mit euer Ohren kaputt Sehen gleich jetzt lieber Weil das Genau der Stelle wo das Mikro ist Ich konnte gefällig werden Wo euer Ohren Ich muss ja jetzt aushalten Die letzten 6 Minuten Die Tür rum Das ist schon gut Dann auch nochmal schnell vorbei gedacht Und zeigt dass das Ähm man Spaß hat Genau Gutes alt Gutes altes Zuhause Gutes altes Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Ich wollte das hab ich nicht gehabt ne Wenn ich auf Easy Stand vielleicht Mit diesen Kicks aufgebraucht bekomme So Wenn ich an so Städtebauer Dann kann ich natürlich auch Ein paar Themen auch ansprechen Dann kann ich mir welche raussuchen Aber werde ich bestimmt schon raus Ein paar Themen finden bestimmt Und Die dann ansprechen kann Mit sich zu langweilig Weil ich mir jetzt etwas baue Na Also freut euch auf coole neuen Let's Play Folgen Mit dem neuen Konzept Und mit den neuen Bauideen Wird schon cool Aber ich müsste es mal diesen Moment einfach lassen Weil da Schnee drauf ist Ich hab das Bis zu fliege eingesammelt Wieso nicht so leer hier Ich muss noch mal schon öfters hier zum Holzfahren Ah hier werd ich glaub ich bin lieber in der Savanne Ein Glück ne Ich sag mich nochmal viert sehen Das sollte es aber wirklich reichen Ich denke mal schon Jetzt werden wir ganz schnell wieder zurück, gehen wir mit Folge 200 hin, mal gucken, was es alles noch für Specials gibt, hoffentlich noch viele, viele weitere Specials, ohne Ozzolot, als ob, ja, ich muss ihn merken, ob die Spawn die noch hat, ich weiß gar nicht, oh ja, gar nicht so, ob die Spawn, ich kann mir gar nicht mal den Computer aufklären, wie es ist mit den Ozzolots, weil dann hol ich mir die vielleicht mal, ich hab's keinen Fisch dabei, und im Gegen-Sapping wollen wir tief auch nicht, ey, ach ja, weil wir vielleicht nicht, bald wird es auch wieder Zeit für eine Redzone-Anlage vielleicht mal, ne? Ich glaube, die funktioniert nicht mehr, ich glaub, die wird ausgedehnt jetzt langsam, weil die überhaupt nicht mal hier einfach so reintritt und einfach da in Wasser... dann muss ich halt schon drinnen machen, dann muss ich gleich funktionieren... ja, dann haben wir eine Sache eigentlich so, ne? dann haben wir ja so eine Sache... wenn wir das Play-Man machen können, die Mob-Fahr-Mösschen modernisieren... weil ja, die hab ich in 1 und 8 gebaut... und da konnten die Bons einfach mal so ins Wasser treten... aber jetzt... wieder schiffen gar nicht mehr... wenn wir jetzt Play-Man machen, platzieren, dann würden das noch funktionieren... immer noch... weil die sehen die Play-Türen als Block an... die Play-Türen... weil das ja nicht kompletter Block ist, dann laufen wir einfach da durch und fallen ins Wasser... ja, als ich mich dumme mobs... so... sah die doch schon gut aus, ne, Freunde? stimmen die mir zu, ne? ja, doch alle doch schön machen an hier... ich hab die Facultor bekommen grad, ey... das ist natürlich gut... so, immer noch irgendjemandem leckert... soll das so Last mit der Decke? und soll das jetzt einfach nur, dass ich einfach hier austausche? nicht mal schon, oder? das kann ich lassen... hier kommt doch nur die Command-Box rein... also ich muss es nicht so riesig jetzt ausheben... ich denke, dass es reicht, wenn ich das jetzt so lasse... wenn wir jetzt hier die Dings dran... Zeichenholz... dann bringe ich voll schon noch auf... jo... und nur eine einzige Kohle rausbekommen... das ist jetzt ärgerlich... egal... da hat irgendeine Kohle... glaub ich zumindest... hm, weiß ich nicht... aber wir sind bei... neun Minuten... komm ich mach das noch fertig jetzt hier mit dem... mit dem kaputtmachenden Steine... nächste Folge gibts dann... morgen dann... am Donnerstag... dann werd ich das mit dem Holzer machen... und dann den Erfolg am Freitag... vielleicht dann so langsam mal die Command-Hots dann... so hinplatzierend... würd ich dann in Game Mode 1 gehen... also das muss ich eigentlich gar nicht... kann man mit dem G-Tour erinnern... ne... sehr gut... sieht doch schon mal nett aus... ich kann vielleicht anfangen... warte... jetzt noch mal in der nächste Folge... vielleicht die Fakke müssen wir so hinplatzieren hier... zuerst mal ich will dann... so machen... so... das ist noch eine gute Aufgabe jetzt hier... bis Ende der Folge... das ist hier 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... sehr schön... das passt an die Mitte... und... da auch... so... 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 ist das gewesen... in heutigen Folge... das war in Minecraft... denn heute, was du gefallen hast... dann ist eine klusivere Wettung da... abonniere nicht vergessen... und tschüss...